Halli, hallo, hallo, ich höre mit recht herzlich willkommen zur monatlichen Stream-Einkündigung. Wie ihr hier schon im eingeblendeten Kanal wieder sehen könnt, geht es diese Woche tatsächlich mal zur Abwechslung pünktlich zum ersten Wochenende im Monat los. Diese Woche am 4. Dezember, das ist dieser Freitag ab 18 Uhr hier live auf YouTube, unser allmonatlicher Livestream. Genau, diese Woche Freitag ab 18 Uhr und ich glaube Aktien gibt es tatsächlich auch gar nichts zu sagen. Stream-Web 54 haben wir tatsächlich schon, um ein bisschen hier das Kanal-Button hier auseinanderzunehmen, was man dann noch an Informationen entlocken kann. Genau, malet gut, bis dahin, ich freue mich drauf und bis Freitag, macht's gut, bis dann und dann, tschüss.